Die Koltsche Noweskis Unaufmerksamkeit brachte Markus Feldhoff in beglückende Schussposition und die Mowache kurzfristig auf 180. Bis der starke Markus Feldhoff mal wieder auftritt und seine Erfahrung aufblitzen lässt. Routiniert holt er sich diesen Strafstoß ab. Der Klassenunterschied nicht zu erkennen. Matthias Koch und wieder Feldhoff 3 zu 0 nach nur 33 Minuten. Dieser Spielstand eine echte Überraschung. Ex-Bundesliga-Profi Markus Feldhoff souverän.